Willkommen zu einer neuen Folge Wie funktionieren Filme? Die doch wahrscheinlich einzige diesen Monat, denn den nächsten Timeslot, den ich frei habe, möchte ich doch dazu nutzen, dann Child of Light mal zu besprechen und zu gucken, wie Videospielkritiken in Vlog-Format bei den Leuten so ankommen. Soll natürlich solche Formate, die Priorität haben, nicht ersetzen. Obwohl es natürlich um eine spezifische Truppe geht, wo ich auch meine Flapsigkeit an der Stelle entschuldigen möchte, wer eine bessere und vor allem aber auch kurze Eindeutschung hat für Heroic Second Wind, ist herzlich dazu eingeladen. Ich wollte es jetzt halt kurz fassen, dass Leute sich das auch vorstellen können und sagte halt, okay, es ist der heroische Aufrappler, weißt du? Ich meine, er liegt am Boden und steht wieder auf. Ich denke, unter dem Wort oder der Begrifflichkeit kann sich jeder was vorstellen. Aber ich möchte trotz alledem Leute jetzt mal auch so ein bisschen vorbereiten, wie ich den Monomyf behandeln werde, so in ein paar Monaten. Wir nähern uns dem Ganzen jetzt doch schon langsam. Ich möchte jetzt fast eigentlich, obwohl es um diese eine spezielle Truppe trotzdem geht, euch so einführen in so eine ganz kleine Filmszene oder so eine ganze Sequenz. Also stellen wir uns mal vor, wir befinden uns am Ende des Films und wir begegnen dem großen epischen Climax, wo, und das ist ganz wichtig in diesem Fall, wo es die Guten und die Bösen gibt und die treten gegeneinander an und wie gesagt, es ist dieses große epische Finale, wo es nur noch auf die Fresse gibt. Das, denke ich, kann man sich im Kontext vorstellen von, vor allem so Fantasy eben, wie jetzt beispielsweise Star Wars oder Herr der Ringe. Ich glaube, da kann man sich das ganz gut vorstellen. Das nehmen wir jetzt mal so als Grundattitüde und begeben uns zu dem Zeitpunkt, und das ist mein Lieblingszeitpunkt jederzeit bei solchen Filmen, wenn sich diese große Gruppe bildet an Protagonisten oder halt an, wie gesagt, den Guten und den Protagonisten aussondern, indessen, dass der große Bösewicht, der große Antagonist daherkommt und dann einer der Guten, der gut befreundet ist mit dem Protagonisten, alle anderen zurückhält. Und wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt, deswegen mache ich es so gerne nach. Und Sprüche fallen wie, da pumpt jedes Mal mein Herz, wenn ich das sehe, weil ich es so grandios dämlich finde. Nein, das ist eine Sache, die er alleine erledigen muss. Oder das gibt es natürlich auch in Variation dessen, dass praktisch in Herr der Ringe wurde es ja so gemacht und eigentlich auch in Star Wars, wo ja Luke dann eigentlich komplett vergessen wurde von allen restlichen Protagonisten und dann halt einfach nur das ausgelegt wird indessen, dass man, oh nein, wir müssen jetzt die Bösen ablenken und der Hauptprotagonist, der macht jetzt sein Ding. Ich liebe das, ist super, weil es ist einfach, ja, wenn jetzt alle Guten, alle, die auf der guten Seite stehen, gegen den einen bösen Antagonist kämpfen würden, ja, dann würde er wahrscheinlich ablosen. Aber damit wir so ein bisschen Kräfte-Balancing haben, kämpft jetzt der eine Protagonist gegen den einen Antagonisten, damit wir da ein schönes Battle haben können. Finde ich super, weil, wie gesagt, weil sich so der Film vor seiner eigenen Schwachsinnigkeit und Vorhersehbarkeit verstecken muss. Ich liebe das. Aber wir nehmen das jetzt mal an. Bösewicht, ganz normal, hat einen Fight gegen den Protagonisten. Also da ist jetzt nichts Besonderes dran. Aber wir begeben uns jetzt in die Situation, die eigentlich so gut wie jeder solcher Kämpfe hat. Und warum auch nicht, dass der Protagonist an seinem absolut tiefsten Tiefpunkt angelangt. Das kann man entweder darbringen oder, das werden wir auch noch durchgehen, wahrscheinlich sogar am Monomyf zu sehen, ähm, der niedrigste Punkt des Protagonisten kann auch am Ende des zweiten Aktes sein. Äh, kommt drauf an, wie man das Ganze gestaltet. Aber da kann man es immer gut bringen, dass, oh nein, hat der Antagonist jetzt wirklich den Protagonisten besiegt? Hm, ja, in einer typischen Gut-Böse-Story frag ich mich jetzt schon so, ähm, ob jetzt der Protagonist wirklich tot ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein typischer Moment, den sicherlich Leute kennen. Und das ist jetzt der Heroic Second Wind, den jeder kennt. Der Protagonist entsteigt dem Staub und blutet auf dem Boden. Aber nein, jetzt hat er das Second Round und jetzt geht's nochmal richtig in die Vollen. Und der Antagonist, wie auch immer das geht, weil der Protagonist eigentlich schon halbtot ist, kriegt das richtig eins auf die Sammel. Ähm, das erneut kennen wir alle. Und warum es in dieser Truppe hauptsächlich gehen wird, ähm, sind die ganzen schönen Beispiele, die ich vorbereitet hab. Damit Leute da mal, äh, es ist fast eigentlich so eine Art Witzvideo an der Stelle, ähm, weil ich es einfach amüsant finde. Und ich denke, weil Leute vielleicht ein interessantes, eine interessante Vorstellung nochmal davon bekommen können, wie vorgefertigt Filme doch sind. Ähm, weil natürlich man jetzt meinen möchte, dass wie sich der Protagonist aufrappelt wieder und warum natürlich fest verbunden ist mit der Story, die erzählt wird. Und integral interagiert mit dem, was der Charakter ist und was er als Ziel verfolgt. Und, äh, wenn ich euch die ganzen Beispiele vorlese, dann werdet ihr so feststellen, dass es da schon so vorgefertigte Formen gibt. Ähm, natürlich läuft das Ganze mal so grundsätzlich. Äh, also wie gesagt, wir stellen uns jetzt diese Szene vor. Ähm, der Protagonist liegt am Boden. Der Antagonist hat seinen, das wollte ich eigentlich mal als Einzelvideo bringen, aber das war nicht gut genug, seine, seine sogenannte The Reason You Suck Speech. Ähm, liebe ich auch so ein Zeug, ähm, das natürlich auch dann darauf greift, dass der Antagonist irgendwas sagt, das den Protagonisten dann in Rage versetzt oder ihn noch weiter animiert, doch noch weiter zu kämpfen. Ähm, deswegen existiert ja überhaupt diese ganze, ähm, The Reason You Suck Speech-Truppe überhaupt. Äh, so James Bond, dass dann James Bond nochmal Chancen hat, sich aufzurappeln oder einen Plan zu entwickeln oder seinen Fesseln zu entkommen oder was auch immer. Ähm, oder im Fall von Return of a Jedi, der Antagonist irgendwas von sich gibt, das dann den Protagonisten so in Rage, das werden wir auch als letzten Punkt bringen, ähm, so in Rage bringt, dass er dann doch nochmal Energie sammeln kann und so weiter und so fort. Also grundsätzlich läuft dieser Moment unter, jetzt ich fasse es mal ganz allgemein, was ich mir aufgeschrieben habe, und es tut mir leid, dass ich jetzt da noch auf den Zettel schauen muss, äh, Realisierung, für was man wirklich kämpft. Ich meine, das ist klar, äh, Protagonist hat dann diesen inneren Monolog, äh, in sich, ähm, spricht zu sich selbst und, oh nein, wenn ich jetzt, darf Vader nicht aufhalte, wird er alle meine Freunde töten. Und ich meine, wie gesagt, das ist natürlich so mal die Grundattitüde, die läuft und das untergliedert sich jetzt in so, naja, folgende 13 Beispiele ungefähr. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich, dass der Protagonist an seine Freunde denkt. Wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich auch eben, wie gesagt, das geht so ineinander über. Das ist jetzt nicht wirklich fest getrennt. Ähm, das ist natürlich so der schmalzigste Aspekt überhaupt. Nein, oh, meine Freunde werden getötet. Oh nein, der Antagonist bewegt sich schon auf sie zu. Ich muss wieder aufstehen und ihn aufhalten. Das ist natürlich so der schmalzigste Aspekt von allen. Ähm, dritter Punkt, ähm, der Glaube an sich selbst ist zu stark. Nein, ich schaff das! Nein, wofür habe ich all die Jahre trainiert, wenn ich jetzt aufgebe? Nein, ich muss wieder aufstehen! Das ist natürlich, ähm, so die, das ist so die typische, würde ich mal sagen, so Dragon Ball Set-Truppe. So, ich bin, ich bin einfach zu awesome, um jetzt aufzugeben. Ähm, liebe ich auch. Ich liebe die eigentlich alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe allgemein diesen Moment, äh, gebe ich ehrlich, äh, der Ehrlichkeit halber zu. Ähm, der Grund zum Kämpfen ist so wichtig. Aufgeben ist nicht erlaubt. Ähm, wie gesagt, erneut, das ist eigentlich auch das, was ich beschrieben habe. Praktisch, nein, das ist, ich habe es versprochen, was auch ein Punkt ist, der jetzt noch kommt. Oder, ähm, dass ich habe es mir selbst geschworen. Und wofür war all das Training, wenn ich jetzt aufgebe? Nein, Son Goku, ich stehe wieder auf, du musst aufstehen! Das, und ich sage, klar, klar, denke ich, dürfte Leuten auch schon, äh, geläufig sein und dürften Leute auch schon hundertmal gesehen haben. Ähm, was so ein bisschen komplexer ist, wo ich jetzt kein wirkliches Beispiel dafür habe, ist, der Protagonist überwindet einen inneren Konflikt, der vorher da war. Vielleicht, vielleicht ein Beispiel wäre, auch wenn mir jetzt kein Film oder so einfällt, meinetwegen der Protagonist, ähm, ich glaube, jetzt habe ich ein Beispiel. Beispielsweise der Protagonist, ähm, trauert die ganze Zeit seinem verstorbenen Bruder hinterher, okay? Und das belastet ihn und das bewirkt, dass er nicht wirklich voll konzentriert kämpfen kann. Und dann kämpft er gegen den Antagonisten und es kommt raus, dass der Antagonist sein Bruder ist und das macht ihn natürlich noch mehr fertig. Und dann liegt er am Boden und klärt mit sich selbst im Inneren, hey, mein Bruder ist jetzt der Böse und ich muss ihn besiegen und kann diesen ganzen vorherigen Konflikt, den er in sich gehabt hat, praktisch lösen und jetzt mit voller Power kämpfen. Das ist vor allem auch so ein Punkt, der noch kommt, praktisch der Protagonist hält sich absichtlich zurück oder wird zurückgehalten und kann seine volle Kraft nicht aktivieren, weil, weil das ist der Grund, warum diese Truppe früher nicht so ganz funktioniert hat, weil der Protagonist ist praktisch halbtot. Wie kann es sein, dass er jetzt dem Antagonisten, der jetzt noch keine einzige Schramme hat, auch nur halbwegs Paroli bieten kann? Ähm, deshalb haben sie halt versucht, durch sowas dann über die Zeit hinweg neu zu entwickeln, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt. Ähm, ansonsten haben wir sechstens, das ist jetzt fast schon eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen, ähm, dein magisches Item beginnt zu leuchten und heilt dich, ähm, das ist, denke ich, auch so. Kennen Leute, äh, das hatten wir bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, in, in Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, mit, ähm, oder, oder hatten wir das da, hatten wir da nicht irgendwie bei der Spinne, bei, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, so einem, so einem Magic Potion, äh, die dann doch zu leuchten begann und Frodo dann doch wieder ins Leben zurück, ich weiß nicht mehr, ich müsste mir noch mal anschauen, ob das wirklich so war. Aber wie gesagt, das ist halt so grundsätzlich die Truppe praktisch, oh, das ist dieses Item, das er von den, äh, vom, vom heiligen Elfenwald geschenkt bekommen hat und eigentlich wird das Ding nie wieder erwähnt, außer diesem einen Zeitpunkt, wo der Protagonist halt tot ist und dann holt es ihn wieder ins Leben zurück. Äh, wie gesagt, das ist mittlerweile eigentlich aus der Mode gekommen, wird auch nur in so Fantasy, äh, Streifen hergenommen. Äh, siebter Punkt, äh, wer hat einfach richtig angepisst und dann passt es schon wieder. Ähm, wie gesagt, das ist so typische Dragon Ball Z-Vegeta-Truppe an der Stelle. Ähm, achtens, das ist auch so eine typische Anime-Truppe. Oder, wer da richtig ruhig und fokussiert. Da gibt's beispielsweise, obwohl das eigentlich in so eine andere Truppe übergeht, äh, Matrix, der erste Matrix-Teil, äh, wo, äh, Neo dann auf einmal weiß, und der Raum dehnt sich aus und muss sich überhaupt nicht mehr anstrengen, um, äh, Smith abzuwehren. Das ist eigentlich so eine typische Anime-Truppe. Praktisch, äh, eben, werd nicht total angepisst und hol alles aus deiner Rage raus, die du zur Verfügung hast und werd zur absoluten Furie, sondern Fokus. Und nutze, nutze all das innere Chi gegen deinen Gegner. Ja, das ist so, das ist so eine typische Anime-Truppe. Ähm, ansonsten, neuntens, ähm, das Spirituelle, ähm, um eine erneute Chance bitten. Ähm, ja gut, das ist halt, kann man sicherlich als Flashback werten, irgendwie, man kehrt zu seinen, äh, Indianer-Ahnen zurück und die helfen dann, dann wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ähm, The Prey, das Xbox 360-Spiel, hat da sogar so ein richtiges Spielelement draus gemacht, dass du dann praktisch eine neue Chance kriegst, wenn du genug Geister killst. Ähm, um jetzt auch mal Videospiele zu zitieren an der Stelle. Also, es wird heute eigentlich nicht mehr wirklich hergenommen. Ähm, wie gesagt, das fällt eigentlich normalerweise jetzt so unter andere Punkte, wie beispielsweise einen inneren Konflikt lösen, dass dann halt irgendwie der Protagonist seine verstorbene Mutter dann in so einem inneren Delirium um Vergebung bittet und dann wieder aufstehen kann, ist klar. Ähm, zehntens, äh, ein geliebter Mensch ist in Gefahr. Wie gesagt, das ist natürlich auch das Gleiche wie oben, praktisch. Oh nein, meine Freunde! Ähm, ist klar, dürfte auch logisch sein. Äh, Elftens, äh, finde am Scheideweg zum Tod eine neue Kraft. Das ist eigentlich auch dieses Beispiel, das ich, äh, gesagt hab, mit beispielsweise eben, äh, das ist sogar zu einer richtigen Plot-Device geworden in, äh, Dragon Ball Z, dass wenn die Super Saiyajin oder die Saiyajin kurz vorm Tod sind, aber nicht ganz abnippeln, dann nochmal stärker zurückkommen. In, ähm, Matrix 1 war das eben auch so ein Punkt. Okay, Neo stirbt fast und dann kommt er noch stärker zurück, weil er jetzt halt, äh, diese Schwelle zum Tod überkommen hat und es so ein großes Plot-Ereignis war, dass es das dann wieder rechtfertigt. Ähm, zwölftens, man hat ein Versprechen gegeben, ist klar. Und ich mein, hey, wir wollen die Leute nicht enttäuschen, denen wir ein Versprechen gegeben haben, oder? Das ist auch so ein Element, das ich gar nicht aufgeschrieben hab, dass dann irgendwie ein kleiner Junge zum Protagonisten kommt und nein, nein, steh auf, steh auf und an ihm rüttelt und hey Junge, du willst den kleinen Jungen nicht enttäuschen, oder? Er kommt extra zu dir her und schüttelt an dir. Mann, das musst du aufstehen, gibt keine andere Möglichkeit. Kann sein, dass der Typ dir gerade zweimal deinen Genick gebrochen hat, aber hey, den Jungen enttäuschen, das geht gar nicht. Äh, das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, die wir haben. Ähm, ansonsten, dreizehntens, ähm, das ist jetzt so ein bisschen spezifisch, äh, eine bösartige Superkraft erwecken, die man bisher zurückhielt. Ähm, das ist, das geht eigentlich so konform mit, ähm, man hat seine ganze Power nicht genutzt bisher, weil sonst alles um einen rum, das ist so eine typische Superhelden-Truppe, praktisch man ist so stark, dass wenn man seine ganze Power rauslassen würde, praktisch die ganze Stadt leveln würde, ähm, und deswegen man sich vorher zurückhielt. Aber jetzt Superman, wo wir auf dem Mond kämpfen, aha, kann ich meine ganze Power nutzen, weil niemand in Gefahr gebracht wird oder was auch immer. Ich sag, das ist typisch, aber hier in dem speziellen Fall, wo praktisch, äh, Bleach, um jetzt ein Anime zu nennen, ist berühmt-berüchtigt dafür, dass, äh, ich glaub, die haben das mindestens fünfmal gebracht oder so, dass Ichigo, der Hauptprotagonist, ja eigentlich von diesem Hollow-Parasiten befallen ist, sein alter Ego, ähm, und er praktisch die ganze Zeit auch Kraft aufbringen muss, um das Ding überhaupt zurückzuhalten in sich. Aber wenn er dann komplett platt am Boden liegt, dann kann er es nicht mehr zurückhalten. Wie gesagt, irgendwelche Mutationstropen fallen da natürlich auch rein, ähm, wenn der Antagonist irgendwie eine tolle Supermacht hat und, äh, allein schon Kraft aufwenden muss, um diese Macht zurückzuhalten. Und dann bricht sie aus. Und wie gesagt, das ist auch so ein typisches Anime-Ding. Ähm, und die letzte Truppe, das ist eben das Beispiel von Return of a Jedi. Ähm, praktisch der Antagonist sagt irgendwas, der sich in totale Rage bringt und er nutzt diese Rage dann, um dann nochmal Kraft zu schöpfen, zu schöpfen, zu schöpfen und auf den Antagonisten loszugehen. Das ist, wie gesagt, natürlich auch so ein populäres Beispiel und korrespondiert natürlich mit dem Thema in Return of a Jedi, dass der Imperator klar machen will, Luke, ähm, praktisch die dunkle Seite der Macht und Zorn und, äh, Hass sind, äh, ziemlich mächtige Verbündete. Du siehst es selbst, weil du hast praktisch aus einer komplett ausweglosen Situation das rumgedreht und fast Darth Vader gekillt, obwohl du vorher eigentlich so gut wie keine Chance gegen ihn hattest. Ähm, toll gemacht, also muss ich da auch Return of a Jedi loben dafür. Das ist ein, das ist eines der besten Beispiele, finde ich, für den Heroic Second Wind. Ähm, das ist einfach clever integriert in die Story. Ähm, kann ich kaum glauben, dass George Lucas das geschrieben hat, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben an der Stelle. Äh, vielleicht hat er ja einen Co-Autor dafür gehabt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ich sag das grundsätzlich mal, äh, was natürlich mit all dem korrespondiert, das ist der sogenannte Heroic Spirit. Ähm, den werde ich jetzt nicht vor dem Monomyf besprechen, den werde ich irgendwann mal anders reinnehmen, aber das finde ich jetzt noch so interessant, äh, was haben Superhelden eigentlich für Gründe, Superhelden zu sein? Ähm, auch vor allem im Japanischen gibt es da so ein interessantes Beispiel, äh, in deren Kultur mit diesen drei Tugenden, um sozusagen eine, eine, eine Selbstpräservation der Seele zu erhalten, äh, oder sich zu erhalten, ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Also da, da, wie gesagt, auf, ähm, 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 den Heroic Spirit, da möchte ich irgendwann noch eingehen, aber, aber nicht jetzt, nicht jetzt. Da haben wir jetzt erstmal, also Plottlöcher werden wir jetzt da dann noch bringen. Ähm, das ist jetzt so einer der nächsten Punkte, der kommt. Äh, äh, wie gesagt, dann die Drahtstruktur, der Fish-out-of-Water-Character, das ist alles, was ich noch so bringen möchte. Ähm, insofern war es das jetzt dabei. Ich hoffe natürlich, dass es Leuten mal wieder Spaß gemacht hat. Ähm, wie gesagt, ich möchte die Chance jetzt dann zum nächsten Timeslot nutzen, um Child of Light zu besprechen und nicht noch eine Folge, wie funktionieren Filme zu machen. Also, ich finde, jeden Monat eine Folge, wie funktionieren Filme, das sollte eigentlich reichen, finde ich. Aber, wie gesagt, wir werden sehen. Ich beende es jetzt an der Stelle. Ciao.